Also wir machen jetzt das Parallelsegeln mit zwei Kajaks und einem Segel. Wie sieht das aus? Wir haben hier rechts ein Kajak, wir haben hier links ein Kajak und wir haben hier auf dem rechten Kajak ein Segel angebracht. Und verbunden sind die beiden Kajaks durch eine Hand. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Was ist das? Ja, aber wir müssen jetzt in unsere Pucht wieder rüber und... Ja, aber wir müssen jetzt in unsere Pucht wieder rüber und 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 rüber.